Willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurer YouTube-App den Hintergrund auf dunkel umstellen könnt, so wie ihr diesen hier in der App sehen könnt. Zwischenzeitlich könnt ihr schon mal meinen Kanal abonnieren, sowie die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Bis gleich! Um den Hintergrund von dunkel auf hell zu stellen bei eurer YouTube-App, müsst ihr einfach nur in eure YouTube-App reingehen, dann auf Einstellungen, danach auf Allgemein tippen und nun könnt ihr bei dunklem Design den Haken setzen und nun habt ihr ein helles Design. Wenn ihr ihn nochmal setzt, habt ihr wieder das dunkle Design. Also das helle ist normalerweise standardmäßig eingestellt und das dunkle ist bei einem Handy oder einem Tablet eigentlich viel angenehmer, besonders wenn man abends in das Handy oder in das Tablet schaut. Vor allem braucht es auch weniger Strom bzw. Akkuleistung. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren, lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald! bis bald! Bis bald! Tschüss! Und bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.